Wo gehen wir hin? Ähm, Schottblatt. Der ist nämlich komischerweise nicht eingezeichnet, was hier im Boss ist. Oh, bin dran. Jo. Alter, ey. Okay. 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 Das haben wir alle. Nein. Der Boss ist noch da. Noch so ein Opfer. Hummerang, aber der kann eine gute Sniper droppen. Ne, Holz da bei mir. Ne, 821 Schwarzmark-Version. Echt? Hast du eine Sniper jetzt? Weiß ich nicht. Guck mal, was das ist. Ne, das ist eine Maschinenpistole. Nichts Besonderes. Das hat nur ein 182er Wert. Daten gegen Elite. 13%. 13% schneller nachladen. Und das Interminieren eines Ziels hat eine Chance, das Markazins wieder aufzufüllen. Du brauchst aber dann, äh, Elektronik. Fischentext. Nicht da. Oh, die Truhe ist aber da. M44, Sonderanfertigung. Wahnsinn. 5,86er Magnum und PEQ 15 Lasergrün. Hm. 5 von 9. Können wir noch 4 aufnehmen. Gucken wir mal, ob die andere Aufgangstation da ist. 600 Schuss habe ich nur. Guck. 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 Das war's. Das war der Phoenix Crids, glaub der ist. War hier auch ne Kiste? Ja. Aber ist zu, die Division Kiste. Okay, ne andere ist hier nicht, ne? Ne. Aber unten in der U-Bahn sind zwei. Ja, die ist hier auch um die Ecke. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gefühl. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gefühl. Ja. 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 Boah, komm her. Boah, ich bin down, hol mich wieder schnell. Boah. ich bin da 195 meter das war zu schnell die sind hinter mir aufgeploppt ich konnte nichts machen ich bin sofort von der axt attackiert wurden sie verlassen das kontaminierte gebiets mein gott er eben schnell auffüllen hier ja der loot bleibt noch hier liegen ja da ist die kiste wo wusste mein sterbeort unten im keller da ich küm jo ja 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 hab ich erwischt mit lila zeug aufheben wann hast du ich hab gesehen wie du lila zeug aufgerufen hast wo hast du das denn gesehen jetzt ha im chat hab ich das gesehen echt da sieht man das naja es gibt einen chatfilter den man einstellen kann achso dumm die dumm die dumm ist der boss schon down ja da muss ich kill leider du wolltest mich umbringen wo war er denn hier hinten ja schade kloppt für mich nichts auf ne hier bei mir aber wenn du hier keine gelbe Säule siehst dann ne 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 ok kiste du guckt jo kiste ist da Boden auch da steht die immer noch unter der treppe aber meine tasche ist jetzt voll ja ich bin auch voll können wir zum abholen euch und dann reicht es auch für heute ja ok guck nochmal ah die wär auch da ja auch da guck mal was drin ist ach die Pistole und M44 Carabiner Klassik und Hochleistungsmod ich schau mal kurz in mein Inventar was ich wegknallen könnte ja die beiden lila Sachen zum Beispiel ja genau so ich hab nur gelb aufgesammelt ah denn das hat Stoff hier kann ich wegkauen so 9 von 9 und nur gelb das ist doch gut kann Stoff wegkauen und nämlich ich hab nur gelb ach die Teile brauche ich auch ach die Teile brauche ich auch ja 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 Ja! Oh, hello! Oh. Oh. Wo wir immer nach Division Tech gucken, bevor wir... Ja. Ich rufe. Kannst du gucken gehen? Na, ich geh mal gucken. Die Heiz ist jetzt nicht hier... Ich guck mal, wo ich dann am Besten rufen kann. Ja, wo's geschützt ist. Aber ich ist halt einfach mal hier. Oh. Ja, Tech-Kiste ist da. Okay. Kommst du? Ja, ich komm. Ja. Kannst du aufmachen. Ja, blau und grün. Ja, zwei grüne. Davor die Schoko noch hätte. Äh, doch, hier geht's. Eine Maschine ist im Anflug auf ihrer Position. Oh, Respawn. Alter, ich bin gleich down. Ich bin down, hilf mir. Ja, 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 ja. Alter, der Boss ballert auf mich. Oh. Ich muss weg, ich bin gleich wieder down. Alter, ey. Ja, ich bin auch down. Ich bin down. Oh, ich bin auch down. Schnell. Ja, Mann. Kacke. Wo bist du denn? Hier, hinterm Tannenbaum. Hinterm Tannenbaum. Ja. Ja, 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 ja. Das geht noch. Heil dich. Ja, ein Windschirm. Oh, verdammte Kacke. Wo war er denn, ey? Boah. Fett, der Respawn, ey. Ach, der Boss hinter dir. Lass mal abhauen hier. Lass uns aus der Ferne bekämpfen. Alter, ey. Mit dem Respawn reingekommen, ey. Boah. Ach, schau, die Sprenger da nicht rüber, Mann. Oh, der ist ja, ja, ja. Oh, der ist ja. Zünder Tee. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie gehen aus der Dark Zone. So, und einmal Operationsbasis. Zack!